Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hatte euch ja noch den zweiten Teil meines Make-Up Hauls versprochen und eigentlich war dieses Video heute gar nicht geplant, aber da ich wirklich noch so viel Kram habe, den ich euch gerne zeigen möchte und diesen Kram auch endlich mal benutzen möchte und ich die nächsten Tage keine Zeit für ein Video habe, dachte ich mir, dass ich mir jetzt einfach schnell ein bisschen Make-Up in die Visage klatsche und den restlichen Teil des Hauls mit euch zusammen durchgehe. Da dieses Video recht spontan entstanden ist, hatte ich weder Zeit und Lust mich komplett zu schminken bzw. noch aufwendiger zu schminken, noch hatte ich Lust mir die Haare zu glätten, weswegen ich ein kleines bisschen wie ein explodiertes Sofakissen aussehe. Ich hoffe, all diese Sachen sind nicht schlimm. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich dieses Mal keine direkten Swatches zeigen werde, also wie ich es an mir selber auftrage, da mein Gesicht in der Nahaufnahme nicht ganz so gut aussieht, gerade zur Zeit. Ich habe mir nämlich erst vorhin einen riesengroßen Pickel aus Versehen weggekratzt und habe jetzt eigentlich hier in dem Bereich ein leuchtend rotes Ei. Also das möchte ich euch nicht gerne in HD und in Nahaufnahme zeigen. Von daher, ich rede schon wieder zu viel. Von daher würde ich sagen, ich höre jetzt auf zu quatschen und wir fangen mit den ersten Produkten an. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem Video und schön, dass ihr mit dabei seid. Eine Maske, die in den letzten Wochen definitiv häufig im Gespräch war, war von Glam Glow das Gravity Mud Firming Treatment in der Sonic Version. Diese Maske ist also quietsche, quatsche, nee, knallende, egal, blau. Sie ist knallblau und hat deswegen quasi auch Sonic den Igel als Logo, eben weil der genauso blau ist wie diese Maske. Und diese Firming Maske oder dieses Firming Treatment von Glam Glow finde ich so gut, dass ich mir auch wirklich noch die große Version, die normale silberne Version gekauft habe. Ihr denkt euch jetzt bestimmt Silber, das Teil ist lila. Ja, aber die eigentliche Maske ist Zinnsoldat Silber. Das heißt, wenn ihr euch diese Maske hier auftragt, seht ihr wirklich aus wie so ein kleiner Roboter, da die ultra metallisch auf der Haut schimmert. Das ist eine ganz, ganz tolle Maske. Und diese Maske habe ich mir, um ehrlich zu sein, auch nur gekauft, weil sie von 64,99 auf, ja, die Hälfte 32,90 runtergesetzt worden ist. Sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich nie gekauft, da das viel zu viel Geld ist. Aber, wie gesagt, für die Hälfte vom Preis mit einem roten Sales-Schild. Und diese Maske hat mir übrigens die liebe Kim vom Kanal Kimanski hier auf YouTube besorgt, da ich zu dem Zeitpunkt, als sie, ja, zum ersten Mal rauskam, im Urlaub war und leider nicht das beste Internet der Welt hatte. Und da war sie so lieb und hat sie extra für mich mitbestellt. Also nochmal vielen lieben Dank, liebe Kim, dass du hierbei an mich gedacht hast und dass du sie mir bestellt hast. Dankeschön! Ich dachte mir, dass ich das ganze Video nach Produkten beziehungsweise nach Marken sortiere. Hab dann irgendwann den Faden verloren. Fange jetzt aber an, das Ganze nach Marken zu sortieren. Und beginnen möchte ich mit zwei Produkten von Smashbox. Zum einen hätte ich den neuen Smashbox Photo Finish Primerizer. Das ist der neue Primer, der vor kurzem rausgekommen ist. Und was der macht? Was macht der denn? Das ist ein Primer und ein Moisturizer. Moisturizer heißt auf Deutsch Feuchtigkeitspflege, würde ich mal sagen. Dieser Primer sorgt also dafür, dass euer Make-up sowohl an Ort und Stelle bleibt, als auch, dass eure Haut eben ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt wird. Also so ein Duo-Produkt. Und das verspricht echt 24 Stunden Feuchtigkeit. 127% Instant Feuchtigkeit. 99% der Leute sagen, dass es sich sehr lightweight. Och Mann, manchmal fällt einem das Englische zuerst ein. Es ist irgendwie furchtbar. Lightweight. Das ist wenig weed. Aber das sagt man so nicht. Es fühlt sich hauchdünn auf der Haut an. Hauchdünn ist es. 91% sagen, dass das Make-up flawlessly auf der Haut liegt. Also sehr schön mit dem eigenen Hautbild verschmilzt. Und 88% sagen, dass es den ganzen verdammten Tag gehalten hat. Also dieser Primer verspricht wirklich sehr, sehr viel, wenn der Tag lang ist. Ich habe ihn noch nicht verwendet, aber ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob der das alles schaffen kann. Wobei 127%... Beim nächsten Produkt von Smashbox bin ich mir gar nicht so wirklich sicher, ob ich mir das Produkt definitiv hätte kaufen sollen, da ich eigentlich schon beim Kaufen wusste, dass ich eventuell einen kleinen Fehler gemacht habe. Es handelt sich nämlich um die Smashbox & Casey Holmes Spotlight Palette Gold. Und diese Palette, wie der Name schon sagt, wurde zusammen mit der YouTuberin Casey Holmes kreiert. Ich habe von der eigentlichen Kollaboration nicht so viel mitbekommen, aber war dann doch sehr überrascht, als ich sie dann letzten Endes im Laden gesehen habe. Und bei diesem Produkt handelt es sich um ein, ja, um ein, um eine Highlighter Palette, würde ich sagen, die auch wirklich, wirklich schön aussieht. Also vom Optischen her, ist sie wirklich schön. So, hier hätten wir die In the Spotlight Gold Palette einmal aus der Nähe und wenn man sie jetzt aufklappt, das wird nichts. Nein, da werde ich gleich noch mal eine andere Einstellung für nehmen. Also ich glaube, die Nahaufnahme dieses Produktes kann man knicken, da die Softbox den ganzen Effekt doch ziemlich auswäscht. Von daher glaube ich auch nicht, dass es sich lohnt, Swatches zu machen, weil das wird man einfach mit meiner Kamera und der Softbox nicht sehen. Aber es handelt sich, wie gesagt, um drei Highlighter Töne. Da hätten wir einmal Turning It On, ist dieser hier. Dann hätten wir, oh Gott, jetzt lese ich das so halb auf dem Kopf, Cranking It Up, das wäre einmal dieser hier. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch, äh, Blow, äh, was? Blow a Fuse. Das wären also die drei Töne. Einer der drei Highlighter, entweder dieser oder dieser, ist extrem glitzerig. Also der lohnt sich eigentlich eher als Topper für einen Lidschatten, aber der Rest besteht wirklich aus wunderschön schimmernden, peachigen, goldigen Highlighter Tönen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ich damit einen Fehler gemacht habe, weil die Töne auf meinem Hautton leider sehr, sehr dunkel rauskommen und sich auch beim Verblenden teilweise doch noch deutlich hervorheben, dass sie eigentlich zu dunkel für meinen Hautton sind. Und den ganz glitzerigen Ton werde ich weder als Highlighter noch wahrscheinlich als Lidschatten-Topper nehmen. Also habe ich praktisch nur die beiden Highlighter, die prinzipiell auch noch zu dunkel für mich sind. Aber ich habe die geswatcht und die waren einfach so wunderschön, dass ich sie trotz allem mitgenommen habe. Und was, das ist eigentlich total idiotisch, ich weiß. Aber, hey, ihr wisst, wie der Haar so läuft. Machen wir nun mit meinen beiden Produkten von Jeffree Star weiter. Wie ihr ja bereits wisst, kann ich mit den Liquid Lipsticks leider nicht so viel anfangen. Aber ich finde diese Lip Ammunition, also seine normalen Lippenstifte, ziemlich gut. Von daher habe ich mir auch da aus der, ich meine aus der Chrome Collection, eine neue Farbe gegönnt. Und zwar die Farbe Thick as Thieves. Die Chrome Collection, also bevor ich jetzt irgendein Bullshit rede, ich glaube, das ist die Chrome Collection, eben weil sie auch so chromatisch glänzt. Also, ja, das wird die sein. Wie gesagt, Thick as Thieves ist die Farbe und ich muss sagen, diese Verpackung finde ich auch weitaus ansprechender als die knallpinke Verpackung, in der die Jeffree Star Produkte sonst immer kommen. Hier hätten wir also die wunderschöne Farbe Thick as Thieves, die ich euch auch gleich definitiv noch einmal auf meinem Handrücken swatchen werde. Also bei diesem Ton handelt es sich um ein wunderschönes, bräunliches Rot, würde ich sagen. Und das war eigentlich auch die einzige Farbe, die mich so wirklich aus der Kollektion angesprochen hat. Aber wie gesagt, ich kann sie euch eben einmal swatchen, denn sie ist wirklich, wirklich super schön. So, hier hätten wir Thick as Thieves jetzt einmal geswatcht und er macht die Farbe hier jetzt ein kleines bisschen heller, als sie eigentlich ist. In Wirklichkeit ist es ein wirklich schönes, bräunliches Rot, welches ich auch schon einmal getragen habe und was wirklich immens gut gehalten hat. Das Einzige, was ich an seinen Lippenstiften leider nicht so mag, ist der Geruch bzw. der Geschmack. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Limonade sein oder Popsicles oder weiß der Geier. Auf jeden Fall finde ich persönlich den Geschmack furchtbar. Wie gesagt, ich finde die Lip Ammunition, also die normalen Lippenstifte von Jeffree Star, ziemlich, ziemlich cool, da die eben wirklich lange auf den Lippen halten und immer super schöne Farben haben. Wie gesagt, Geruch und Geschmack ist nicht so meins, aber qualitativ finde ich die Lippenstifte wirklich, wirklich gut. Mein letztes Produkt aus dem Hause Jeffree Star ist zugleich auch mein erster Skin Frost aus dem Hause Jeffree Star. Ich habe mir zum allerersten Mal einen seiner Highlighter gegönnt und zwar habe ich mir ebenfalls einen Highlighter aus der Chrome-Kollektion gegönnt. Und zwar handelt es sich um die Farbe Crystal Ball. Hier seht ihr also Crystal Ball einmal aus der Nähe und bei diesem Highlighter handelt es sich um einen silbrig-weißen Highlighter, der wirklich in einem riesen, riesengroßen Pfännchen ist. Also hier sind 50 Gramm an Highlighter drin und das ist einfach immens. Und ah, jetzt fällt mir gerade ein, wisst ihr, ihr seht jetzt ja hier gerade, ich habe hier einen weißlichen Vordergrund. Könnt ihr mir sagen oder könnt ihr mir helfen, wie ich das Problem wegkriege, dass mein Hintergrund hier auf einmal total dunkel wird. Ich weiß nämlich nicht, woran das liegt. Klar, er fokussiert jetzt alles hier auf dieses Helle, aber mich nervt es total, dass der Hintergrund dann so dunkel wird. Ich weiß, das hat mit dem Highlighter gerade nichts zu tun, aber ich wäre sehr, sehr froh, wenn mir einer erklären könnte, wie ich dieses Problem lösen kann. Aber um nochmal auf den Highlighter zurückzukommen, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber ich versuche ihn mal für euch zu swatchen. Ich weiß nicht, wie gut ihr den hellen Highlighter jetzt neben dem Lippenstift erkennen könnt, aber hier schimmert gerade der Crystal Ball vor sich hin und es handelt sich wirklich, es handelt sich nicht um einen rein silbernen bzw. weißen Highlighter, sondern er hat doch schon so eine Art Champagnerfarbenen Reflex mit drin. Also ein ganz, ganz toller Highlighter und ich bin echt gespannt, den endlich mal im Gesicht zu verwenden. Ich habe mir nach langer Zeit einmal wieder zwei Produkte von MAC gegönnt. Beides sind allerdings Sachen, die man nicht mehr bekommen kann, da sie sowohl als auch Teil einer Limited Edition waren. Zum einen hätte ich hier einmal mein erstes Lipglas von MAC. Bei den Lipglas Produkten handelt es sich ja um sehr, sehr spiegelnde bzw. sehr intensiv schimmernde Glosse und normalerweise bin ich gar kein Fan von Glossen, aber dieses Gloss hat es mir aus irgendeinem Grund mehr als angetan. Es handelt sich nämlich um das Lipglas Viva Glam Ariana Grande. Ariana Grande mag ich persönlich nicht so wirklich, also sie ist mir eigentlich relativ egal und ihren Lippenstift damals fand ich auch nicht so prickelnd, aber das Lipglas aus der Reihe. Meine Herren, ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber es handelt sich irgendwie um ein rosastichiges, schimmerndes, Champagnerfarbenes irgendwas und aus irgendeinem Grund, und das obwohl ich Gloss nicht mal mag, hat mich dieser Gloss von Anfang an irgendwie fasziniert und ich hatte das Glück, dass ich ihn noch neu auf Kleiderkreisel gefunden habe und ich habe auch oben reingeguckt, der Applikator war wirklich noch nie aus der Hülse gezogen. Also er ist wirklich neu und ich bin echt, ich habe ihn noch nicht verwendet, aber ich bin super gespannt. Bei meinem nächsten MAC Produkt handelt es sich wie gesagt auch um ein limitiertes Produkt und zwar handelt es sich um einen Lippenstift aus der Star Trek LE und zwar um den Where No Man Has Gone Before Lippenstift. Das ist eigentlich auch ein Lippenstift, den ich mir normalerweise niemals gekauft hätte. Zum einen, da er doch sehr in die etwas rosastichigere Richtung geht und zum anderen handelt es sich um einen Lippenstift im Luster Finish und das Luster Finish finde ich persönlich nicht so toll, da es doch sehr glossy ist und demnach auch nicht lange hält. Aber ich trage diesen Lippenstift jetzt gerade auf den Lippen und gerade in Kombination mit meinem Ex-Girlfriend Lip Liner von Urban Decay und ein paar Mal abgetupfe, finde ich den Lippenstift eigentlich echt schön, da er zum einen super natürlich aussieht und zum anderen, wenn man näher rangeht, hat er einen ganz feinen, peachigen Glitter und das ist wirklich super schön. Hier seht ihr also den Where No Man Has Gone Before Lippenstift und ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber je nach Lichteinfall schimmert der Lippenstift goldig peachig und der ist wirklich trotz des verhassten Luster Finishes ein super schöner Lippenstift und ich bin echt froh, dass ich ihn nachträglich noch irgendwie ergattern konnte. Machen wir mit zwei Produkten von Urban Decay weiter. Da es in letzter Zeit irgendwann einmal 20% gab und da habe ich zugeschlagen und mir zwei Lip Liner geholt. Zum einen habe ich mir den Stark Naked Lip Liner geholt, da ich momentan ziemlich gerne peachige, nudefarbene Lippenstifte trage und da brauche ich natürlich einen neuen Lip Liner, der auch zu all den Lippenstiften passt und zum anderen habe ich doch einige Farben, wo ich nicht den richtigen Kajal oder Lip Liner zu habe und von daher habe ich mir einmal die Farbe Ozone gekauft, der eigentlich ein ganz normal klarer, nee nicht klarer, durchsichtiger Lip Liner ist. Der sieht auch aus wie so ein kleiner, durchsichtiger Labello, also nur in dünn und ja, das sind wie gesagt die beiden Lip Liner, die ich mir einmal von Urban Decay gekauft habe. Hier sieht man die beiden Lip Liner also einmal aus der Nähe. Ozone ist wie gesagt einmal der weiße, der durchsichtige Lip Liner und Stark Naked ist einmal der bräunlich-peachig-nudige direkt da drunter. Die Urban Decay Glide-On Lip Pencils gehören auch definitiv zu meinen liebsten, liebsten Lip Linern, da sie unglaublich gut halten und einfach über eine immense Farbauswahl verfügen. Zusätzlich habe ich mir noch zwei Produkte von Joë Cosmetics gegönnt und zwar zwei Produkte, die auch relativ häufig im Gespräch waren, als sie neu rausgekommen sind und zwar hätte ich zum einen, auf den ich wirklich super gespannt bin, von Joë den Longwear Lip Topper in der Farbe Skinny Dip und von Skinny Dip hat man ja wirklich schon eine Menge gehört, da es sich eben um diesen super schimmerigen, ja, Lippenstift Topper handelt und wie gesagt, normalerweise bin ich eigentlich kein Fan von diesen Produkten, aber ich bin echt gespannt. So, hier hätten wir den Skinny Dip Lip Topper einmal aus der Nähe und ihr könnt sehen, wie immens der am Schimmern, Glitzern und Strahlen ist. Ich versuche ihn euch gleich einmal zu swatchen, aber holla die Waldfee, ich bin echt gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihn an mir überhaupt nicht mag, aber Junge, 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 ich bin gespannt. So, ganz oben seht ihr jetzt also den Skinny Dip von Joë und ihr könnt schon sehen, der ist echt krass pigmentiert und super metallisch. Also, ich für meinen Teil bin echt mal gespannt, ob ich den überhaupt tragen werde. Sollte er irgendwann also im Insta-Sale oder auf Kleiderkreise landen, wisst ihr, ich habe ihn nicht getragen, aber meine Herren, der ist echt cool. Bei meinem nächsten Produkt von Joë handelt es sich, glaube ich, um einen der Highlighter von Joë und zwar handelt es sich um den Citrine-Highlighter. Ich habe ja bereits den Eis-Highlighter von Joë und bin mit dem sehr, sehr zufrieden, aber um den Citrine wurde damals viel, viel Wirbel gemacht und der war auch lange Zeit recht schwer zu bekommen, da er eben immer ausverkauft war und ich habe ihn heute auch als Highlighter drauf, aber wie gesagt, ich glaube, ihr seht da leider nicht so viel. Ich versuche euch den jetzt mal so einigermaßen zu zeigen, aber der ist wirklich super schwer einzufangen. Es handelt sich um ein relativ dunkles Champagner-Gold und ich muss auch sagen, auf meiner Haut dachte ich vorhin beim Auftrag so, ja, der könnte dir ein bisschen zu dunkel sein, aber ganz ehrlich, Nikkie Tutorials habe ich in letzter Zeit irgendwie, nicht so oft geguckt, weil mir die ziemlich auf den Keks geht in letzter Zeit, aber sie schwärmt von dem und hat den auch regelmäßig drauf und sie ist noch mal heller als ich. Also ich glaube, er könnte bei mir trotzdem noch irgendwie funktionieren. Ich habe das vorhin auch ganz schnell auf die Wangenknochen geklatscht und fertig, aber der ist wirklich super, super schön anzusehen und ich hoffe, wir können uns noch irgendwie annähern. Anastasia Beverly Hills kam vor einigen Wochen mit neuen, matten Lippenstiften raus und dann hat sie es auch noch gewagt, eine Kauf-3-Zahl-2-Aktion zu machen und dann habe ich mir drei Lippenstifte gekauft. Einen habe ich bereits verkauft, da mir die Farbe an mir selbst dann doch nicht so gefallen hat, aber zwei habe ich noch behalten und zwar einmal die Farbe Honey und einmal die Farbe Dead Roses. Und wie schon gesagt, ich trage in letzter Zeit unglaublich viele peachige Lippenstifte. Sorry, das war gerade ein absoluter Hirnschiss. Meine Güte, irgendeine Synapse ist gerade kurz weg gewesen, aber nichtsdestotrotz, ich trage in letzter Zeit sehr gerne peachige Töne auf den Lippen und da sieht Honey wirklich perfekt aus. Also als ich den gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, das könnte der peachige Lippenstift für mich sein und er ist schon nah dran. Hier seht ihr also Honey aus der Nähe und wie gesagt, er ist zwar noch ein bisschen bräunlicher, ein bisschen beige, beigigerer, aber er geht schon sehr in die Richtung ziemlich perfektes, peachiges Nude für mich und er ist wirklich schön, die Haltbarkeit ist toll, die Konsistenz ist toll, das Finish ist toll. Also die matten Lippenstifte von Anastasia, die sind wirklich einen Blick wert. Hier habe ich euch den Honey übrigens nochmal aufgetragen und da sieht man den deutlichen brauneinschlag ziemlich gut. Aber wie gesagt, sobald für mich ein kleines bisschen Peach dabei ist, ist es für mich eigentlich schon ein Peach-Ton und der ist wie gesagt wirklich super schön. Hier hätten wir einmal die Farbe Dead Roses und Dead Roses ist auch ein absolut tragbarer Alltagston für mich, also ein schönes Rosenholz, der jetzt ein kleines bisschen rötlich in der Kamera aussieht, aber in Wirklichkeit ist es wirklich ein fast reines Rosenholz, ein dunkles Rosenholz, welches ich auch schon häufiger getragen habe und welches mir auch echt sehr, sehr gut gefällt. Neben Honey seht ihr jetzt also auch den Dead Roses Swatch und hier sieht man auch, dass er nach über einem recht großen Anteil auch einem leichten Lila, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, er hat auf jeden Fall einen recht schönen Lila-Einschlag, was mir persönlich ja immer sehr gut gefällt und wie gesagt, also die matten Lippenstifte von Anastasia Beverly Hills kann ich euch wirklich nur empfehlen. Machen wir mit der Palette weiter, um die es sich die letzten Monate eigentlich nur gedreht hat. Sie war in aller Munde sowohl positiv als auch negativ. Häufig negativ, hatte einige sehr fragwürdige Reviews, einige Reviews mit sehr fragwürdigen Methoden und ich bin so gespannt, was ich für ein Exemplar abbekommen habe. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon fast denken, ich rede von der Subculture Palette von Anastasia Beverly Hills. Wie gesagt, ich habe sie noch kein einziges Mal verwendet und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was für einen Batch ich erwischt habe, ob ich einen guten habe, einen schlechten habe und, oh, holla die Waldfee, ich bin echt gespannt. Ich musste mich so zusammenreißen, die Palette nicht schon zu verwenden, weil ich sie eben erst hier im Video zeigen wollte und ich werde sie auch jetzt nicht anrühren. Also ich werde sie euch zeigen, aber nicht swatchen, weil das will ich wirklich in meinem stillen Kämmerchen still und heimlich für mich alleine machen, weil, oh, ich, also es ist eine Mischung aus Angst, Vorfreude, Panik, Spannung. Also hier sind alle Gefühle mit dabei. Wie gesagt, die Subculture Palette von Anastasia Beverly Hills. Das klang jetzt gerade irgendwie ein kleines bisschen schnell und ein kleines bisschen, äh, ich halte sie euch nicht in die Kamera mäßig, denn genau das werde ich jetzt nicht machen. Zum einen, da meine Batterie langsam aber sicher stirbt und ich vergessen habe, die zweite zu laden und zum anderen, weil die Palette, sorry, aber in letzter Zeit wirklich nur in die Kamera gehalten worden ist von sämtlichen Leuten und ihr wisst, wie sie aussieht. Und ich habe sie, wie gesagt, noch nicht benutzt. Sie sieht nicht anders aus als andere auch und ja, ich muss dieses Video jetzt wirklich ein kleines bisschen durchrushen, damit ich fertig werde. Aber wie gesagt, es geht einmal mit dem nächsten Produkt weiter. Kommen wir nun zum absoluten Highlight meines Hauls. Ich habe mir nämlich fast die komplette Desi X Katie Kollektion von Dose of Colors gekauft. Ich glaube, mir fehlen nur zwei Produkte, die mich einfach nicht so angesprochen haben und sonst hätte ich mir wirklich eiskalt die komplette Kollektion gekauft. beziehungsweise habe ich sie auch gekauft. Ich warte jetzt noch auf meine zweite Lieferung. Ich kann euch jetzt aber schon drei Teile aus der Kollektion zeigen, die meine liebe Freundin Nadine für mich bestellt hat. Nadine, falls du das Video gucken solltest, vielen lieben Dank, dass du die für mich bestellt hast und ohne dich wäre ich da nicht so schnell dran gekommen und vielen lieben Dank dafür und ich kann nur sagen, ich bin wirklich verliebt. Zum einen hätten wir hier einmal den Highlighter oder einen der beiden Highlighter aus der Kollektion und zwar habe ich mich für die Farbe Fuego entschieden. Da der zweite, der heißt glaube ich Mirame. Mirame, si. Den, na, den fand ich ein bisschen zu dunkel für mich. Aber hier der Fuego. Oh, muchos. Nein, muchos ist viel, oder? Was heißt denn nochmal Freunde? Amigos. Amigos. Ich brauche diesen Highlighter. Ihr könnt nicht vorstellen, wie ich mich auf diese Kollektion gefreut habe. Desi finde ich ganz okay, aber Katie finde ich richtig, richtig super und als ich die Sachen auf den Promobildern gesehen habe, in ihrem Swatch Video, ich musste die Sachen haben. Also ich habe wirklich lange nicht mehr so ein tiefes Bedürfnis, so ein tiefes Verlangen gehabt, als eben nach dieser Kollektion und ja, ohne lang um den Brei herumzureden, zeige ich euch jetzt zuerst einmal Fuego. Hier hätten wir also einmal den Fuego Highlighter und hier kann man schon sehr gut sehen, es handelt sich um einen sehr, 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 sehr warmen, fast schon gelbstichigen, goldigen Highlighter und ich dachte anfangs, dass die Farbe eventuell zu dunkel für mich sein wird, aber verblendet man sie, schmiegt er sich der Haut wirklich wunderschön an, passt sich gut an und oh, dieser Ton ist wirklich super schön. Dann mache ich einmal mit dem Gloss aus der Kollektion weiter und zwar ist das das Over-the-Top-Gloss beziehungsweise der Over-the-Top-Lip-Topper und ihr könnt schon erkennen, oh, das ist eigentlich nur ein Strudel aus cremigem, glitzerigem Gold. Es ist ein wahnsinnig interessanter Ton, den man, wie gesagt, über viele verschiedene Lippenstifte tragen kann. Ne, den man über vielen verschiedenen Lippenstiften tragen kann. Oh mein Gott, Grammatik ist schon so eine Sache für sich. Auf jeden Fall hätte ich mir so eigentlich auch nicht bestellt, aber irgendwie strecken sich meine Fühler so langsam aber sicher in Richtung Gloss aus und dieser Gloss, der ist wirklich, ich würde schon fast sagen, einzigartig. Ich habe mir beide Lippenstifte aus der Kollektion gegönnt, auch wenn ich glaube, dass No Shade, sprich dieser hier, viel zu hell und zu nudig für mich sein wird. Aber ich finde die Optik dieser Lippenstifte einfach nur mega schön. Ich weiß nicht, ob ihr es, ich versuche hier mal irgendwie was einzustellen, ob ihr es erkennen könnt, aber hier seht ihr die Unterschriften von Desi und Katie und hier unten das goldene Dose of Colors. Also es ist einfach ein unglaublich schöner Lippenstift. No, nee, More Creamer Please habe ich mir auch noch bestellt. Der kommt auch demnächst, aber die Lippenstifte, ach, wie ist ein Bild schön. Kommen wir nun zu meinem letzten Produkt und einem Produkt, welches auch übermäßig gehypt, gefeiert, kritisiert und zerrissen worden ist. Also es handelt sich um ein nicht ganz so kontroverses Produkt wie die Subculture Palette, aber nach wie vor um eine Palette, über die sehr viel Posi und Negatives geredet worden ist. Und zwar, ich rede von der Jaclyn Hill Palette von und für Morphe. Und diese Palette hat mich anfangs überhaupt nicht angesprochen. Die war ganz schön, ja. Aber irgendwie hat es... Der Funke, der flog nicht ganz über. Aber als ich dann die ersten Videos gesehen habe, die ersten Swatches, die ersten First Impressions, dann war mir klar, der Erste, der mich fragt, ob ich mitbestellen möchte, bei dem bestelle ich mit. Und es hat dann letzten Endes die liebe Kim mal wieder für mich gemacht. Also Kim ist für mich nicht nur eine sehr gute Freundin, sondern auch einer der besten Make-Up-Dealer, die ich kenne. Und auch vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du mir diese Palette ermöglicht hast. Ja, also ich weiß nicht, in letzter Zeit, muss ich sagen, gebt mir die gute Dame, sprich Jaclyn Hill, schon ein bisschen auf den Keks, da sie eigentlich nur noch rumquietscht in ihren Videos. Also alles ist irgendwie mit Bitch oder mit Oh mein Gott! Also ich kann das nicht mal nachmachen. Also ich kann es schon, aber das möchte ich jetzt nicht. Plus macht mein Freund sich dann wahrscheinlich Gedanken im anderen Zimmer. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie quietscht in letzter Zeit nur noch rum, schreit auf einmal rum. Und wenn ich dann morgens total verschlafen im Badezimmer stehe, mich schminke, irgendwelche Videos gucke und auf einmal brüllt dich da so ein Viech an in der Lautstärke, wo... Ach, nee. Das geht mir in letzter Zeit irgendwie auf den Keks. Und irgendwie hat sie sich meiner Meinung nach ein bisschen in die negative Richtung entwickelt. Und jetzt habe ich eigentlich auch schon genug über Jaclyn Hill gesprochen, da mir doch die Zeit davonläuft. Wie gesagt, das ist die Morphe-Palette, die sie eben kreiert hat. Und ich gucke mal, ob ich sie ganz für euch aufs Bild bekomme. Und hier hätten wir einmal alle Farben der Morphe Jaclyn Hill Palette. Und ich muss sagen, sie ist schon echt schön. Also ich habe sie nach wie vor auch noch nicht verwendet, aber sie ist wirklich schön. Und ich hätte mich in den Arsch gebissen, hätte ich sie mir nicht bestellt. Die kommt jetzt auch bald übrigens zu Beauty Bay. Das heißt, ihr solltet dann keine Probleme haben, sie zu bekommen, da Morphe eben leider nicht mehr nach Deutschland liefert. Aber bald kommt sie zu Beauty Bay und dann dürftet ihr sie wieder lockerflockig bekommen können. Und ihr kriegt halt auch echt viel. Also ich glaube, ich habe 36 Dollar bezahlt, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und ihr kriegt halt echt viele Lidschatten. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht verwendet. Kann euch also nichts zur Qualität sagen. Aber ihr kriegt allein schon für euer Geld verdammt viele Lidschatten. Und auch wenn ich mittlerweile nicht mehr der größte Fan von ihr bin, hat sie die Palette meiner Meinung nach wirklich toll gestaltet. Sie hat sich was bei den Farben gedacht, hat Farben aufeinander aufgebaut, kombiniert. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, diese Palette zu haben und freue mich wirklich drauf, sie bald benutzen zu können. So, wir sind endlich, endlich, endlich am Ende des Videos angelangt. Ich habe versucht, gerade in den letzten 10 Minuten doch etwas schneller durch all die Produkte zu gehen. Aber ich möchte euch natürlich schon noch einige Sachen zu den Sachen erklären und euch nicht die ganze Zeit, und das ist das, und das ist das, und das ist toll, und das auch, das auch. Das möchte ich nicht. Also ich habe mich, glaube ich, schon wieder etwas verquatscht. Aber ihr kennt es ja mittlerweile zu Genüge. Aber ich muss jetzt, wie gesagt, auch aufhören, da das Video zum einen super lang ist und zum anderen stirbt mein Akku gleich. Ich hoffe, ihr hattet nichtsdestotrotz Spaß mit meinem Video. Und wie gesagt, ich hatte euch ja nach der kleinen Problemlösung bezüglich meines schwarzer Hintergrund, helles Frontprodukt gefragt. Das findet ihr irgendwo, genau, beim Jeffree Star Highlighter hatte ich euch das gefragt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, wie ich eben dieses Problem mit dem dunkler werdenden Hintergrund lösen kann. Aber bitte kein Fachchinesisch. Ich kenne mich mit Kameras nicht aus. Ich weiß, wo der Anknopf ist, wo ich zoomen kann, wo ich den Fokus einstellen kann und das reicht mir. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit und macht's gut!